Werde auf mich geschossen, auf mich hat niemand geschossen Ich wollte leider nicht kein Kripo Die Map bringt mir immer Glück, damit ich meistens fällt Laber doch nicht! Laber doch nicht, Lego sagt nein! Lego sagt einfach nein Ja, einfach jeder die ganze Zeit nur in den Keller geht, weißt du? Weil einfach dir das Beste an der Map hier ist Na, jetzt bin ich genug Ja, ich bin Detektiv Nee, ich geh nicht in den Keller, dann kommen wieder diese Monster da raus Ich geh in den Keller, das ist wunderschön, dann komm jetzt auch nicht Auf Phantom, du gehst nicht in den Keller Phantom, wo bist du? Wo bist du? Eingang Weiß jemand, wo Lord of Failing ist? Ich bin bei Phantom Dürfen wir in den Keller oder mich? In den Keller? Geht einfach in den Keller Nein, du bist du? Ich geh in den Keller Nein, ich geh in den Keller Ja, ich geh in den Keller Ja, jeder in den Keller Jo, Young Juice Ways wieder auch raus Mark, komm wieder raus Warum? Weil ich nur, weil ich gerade auf Phantom warte Wo ist er? Nein, wir warten auf Lord of Failing Nein, wir töten Lord of Failing nicht Doch So, jetzt bleibt ihr, können alle hier warten Dann kann ich nämlich wissen, wo die beiden sind Gut, dann folgt mir jetzt Wir machen eine Expedition in den Keller Ja Gleich kommen die Monster dann von vorne, Alter Das ist ja Das ist kein Grund Ich habe immer einen Grund Aber ich möchte bitte Phantom, du solltest Expeditionsfahrt für meine kleinen Kinder sein Kannst du bitte Komm, bitte vielleicht weggehen Bitte vielleicht weggehen Bitte vielleicht weggehen Wo bist du eigentlich? Das dümmste Scheißkind Woa Da kann ich so mal runter was hier Ich will nicht sagen, aber die Mon- Hier liegt ne Leiche Der Traitor hat die Monster schon gerade freigelassen Hinter euch wurde geballert Gluh HD ist tot, Gluh HD ist tot Der Traitor hat die Monster schon freigelassen Gluh HD ist tot, Leute Der liegt hier Oh shit Ich kann sowas noch nix dafür Woa Hallo seid ihr alle im Keller Ne Dieses Fickmonster hat mich gerade auf einmal angegriffen, Alter Junge Die Fickmonster sind voll cool Alter Alter Wie viel erschrocken Wette gleich werde ich wieder random gekillt Weil ich versucht habe es dann für jemander zu sagen Dass da Ne Ins hier liegt Aber es hat ja keinen interessiert In dem Tester, huh Hier ist die Ey hier gibt's nen Tester Wo? Ja hier oben Geil Die Map ist ja mal mega unfair gebaut, Alter Ja Und die Kameras habt ihr Hatte Wenn auch noch Lord of Failing Traitor ist Das geht ja gar nicht Dann bist du ein Traitor Lord of Failing Traitor Er bewegt sich gerade in dem Gang Nein bin ich nicht Er ist in dem Gang 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 Er ist in dem Traitor Du warst gerade in dem Traitor Raum Du bist auf jeden Fall Traitor Ja weil mir jemand die Tür aufgemacht hat Ich bin einfach reingebaut Ich kann auch nicht mehr raus Ja 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 Du hast doch gerade die Tür aufgemacht Paul Halt die Fresse Er hat nur getötet Er hat nur getötet Er hat nur getötet Er hat nur getötet Oder hast du die One-Shot-Wasser Vom verbrannten Detektiv Ich bin hinter dir Und warum warum ist der Detektiv los? Weil er verbrannt ist Das habe ich gerade gesagt Dann dreh dich um Ich bin dann der Detektiv Getötet Ich bin dann der Detektiv Getötet Ja Junge Du bist so frei Du bist so frei Du bist so frei Renn noch rein Renn noch rein Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah Das tötet er mich erstmal Zum Dummkopf Alter renn erstmal rein Siggi Ich wollte die One-Shot-Waffe nehmen Ey Die war bestimmt noch voll Das ist Fett Mein Teil zeigt mir an Du mich gehst Ich trenne mir erstmal die Knappe ein Ich hatte Schlag Ja durch die INCI Ja warum wirst du eigentlich sagt Leid bitte stehen Aber wir haben noch gewonnen Es war sehr gut Ich trenne mir erstmal in die Waffe rein Alter Weißte ich Snipe schon locker mal 10 Sekunden auf die Tür Und du läufst erstmal in meine Waffe rein Das kann doch nicht an Ernst sein Ich wollte die One-Shot-Waffe holen Die da lag War die eigentlich voll? Ich ne Bordeid auch letztendlich nicht einfach durch Maschinengewehr Fantom War die noch voll Fantom Das machst du so weit ich war der Detektiv und dann redest du ja das ist vom Detektiv ähm die One-Shot-Waffe weil er verbrannt ist und ich komme als Detektiv getarnt um die Ecke ich bin traurig, hab ich gar nicht bemerkt bei mir warst du einfach nur Alibaba, ich hab da Alibaba gelesen ja ok wo ist Paul der kassiert Recken-Haddy all on last bei Paul Geides ich weiß aber das ist kein Grund mein Handy wird dauernd vibriert weil jemand schreibt das kann ich nicht umgekehrt eine kurze Frage an den Traitor von der vorigen Runde also aber ganz am Anfang an wie macht man diese Rakete du musst auf den Bildschirm klicken das weiß ich auf welchem Bildschirm ähm in Traitor-Handbar und Traitor-Ruhr soll ich aber ausprobieren bei mir hat nicht funktioniert Werper Fenton ist er so oder Fading ist Werper Fenton ich weiß wo ich bin in der Folge gerade den Torei bei dir hier ich will jetzt diese blöden Zombies finden oder wer eine wunderschöne Waffe kann selbst helfen ich will diese fucking Tim 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 ist ein Traitor-Ruhr ja ich bin im Traitor-Ruhr auf jeden Fall dort auf jeden Fall ja wie sollst du es sonst sehen dann stell dich mal vor den Traitor-Ruhr oh mein Gott hier ist mal ne hieß du dich testen lassen ja von mir aus wenn du es so willst dann lass mich testen dann komm nein 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 hier ist Test-Knauf da musst du draufdrücken wie ich kann nicht draufklicken und hier ja Aua ich hab was ist geholfen Alter setz erstmal das C4 ist richtig faul du bist so dumm Junge ich hab das entschärft du Lappen guck doch erstmal ob ich Traitor bin oder nicht oh shit ja Lappen vor du Herren Alter Lappen vor du Herren ich hab das aufgesammelt Lass uns das entschärfen so mit C4 was denkst du warum mich das auf einmal verschwunden ist der scheiß C4 weil ich es aufgesammelt habe Lappen Hallo Rassen auf wir haben nicht gewonnen du bist doch schlecht irgendwas passiert und ich weiß nicht was das war so krass das war so awesome ihr und die Monster greifen dir jetzt einfach an boah scheiße die Zombies hab ich dir angeguckt Werte wo du bist du du bist so inkompetent ist scheiße du bist da wo du nicht bist du stehst ich komm um die Ecke du sagst kein Wort du gehst an der C4 was soll ich denken ja dass ich das nicht war hallo was soll ich ach so äh Waze du musst hinter dir auf den Bildschirm auf diese Explosionsdinger drücken ja mach das das war die richtige Tatsache wo bist du auf jeden Fall das war die richtige Tatsache 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 nein Tim ist so inkompetent um zu sehen man muss sich mal jemanden, der die Leute rausmooft weil sie einfach nur noch behindert ist ja Tim du bist einfach inkompetent dann hat sie schon jemand gesagt ja Tim ist nicht kompetent haben wir auch genug geklärt ja weißt du ich steh vor ner Bombe die läuft 16 Sekunden nicht entschärft die nehmen die auf weil ich vielleicht in die Kontrolle 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 das ergibt keinen Sinn dass du die einfach abweilerst doch du stehst vor ner Bombe und sagst kein Wort ja weißt du aber vielleicht an sich gleich noch zu fragen ja bist du Trailer warum legst da ne Bombe und schlägt mich direkt ab oder warte hä warum legst du da ne Bombe genau das wird automatisch von mir sein wenn außerdem habe ich dich aufgenommen ich hätte erst mal gucken müssen was ich mache alter nö hatte ich keinen Bock aber ich wollte Tim damit rollen ey Klu ich hab ne Bombe gefangen fertig ey wenn man Tim damit betreuen will ne da fliegt die da fliegt die Rakete ey Jan nochmal ungewicht das Raketenbombomben denkst du ja das war eine wunderschöne Explosion die war auch so heftig ja sehr schön hier war fast so heftig wie Fantons Gesicht die war fast so heftig wie Tims Inkompetenz genau so wie Nico's Inkompetenz nimmt eigentlich jemand drauf ja ich hab eben die Runde aufgenommen wenn alle hier halt nebenher durcheinander schreien hallo wie meine wie sei jemand aus dem Trailer rauskrieg ja jetzt geht's ja langsam ja genau deswegen nehme ich dann die auf Tage Tim is Inkompetent 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 Inkompetent Weißt du vor allen Dingen die 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 schon lange tot sind schreien ja die ganze Zeit rum da darf man noch nicht warten dass wir aufhören ist auch so Tim ich kann dich leider nicht vom Kanal werfen weil dein Name so heißt deswegen kann ich dich dafür nicht bestrafen ok ich heiß jetzt ich heiß jetzt Lot of Not Failing ok Lot of Pro Skilling haha Lot of Skill Lot of Pro Failing die die ein falscher Name für dich Tim ganz ehrlich Marc ist Scheiße du bist schlechter als alles was ich dir gesehen ich bin durch Zivir gestorben nur das ist du schießt du schießt durchgehend auf mich ich hab mich eher gar nicht mehr ich hab mich eher gar nicht mehr ich hab mich schuld wenn du dir wenn du dir ganz ehrlich selbst schuld weil Tim die Bombe gesetzt hat und du die dann entschärfen wolltest weil du die falsche Draht du überschuldest du dann stört ganz ehrlich hätte hätte Tim ich einfach nicht Kind wärst du noch am Leben und Tim noch am Leben die Runde hätte ne Paul Wett ich kenn dich ne ne ja 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 laber doch kein laber kein du laber nur leberkass du laber nur leberkass gar nicht jeder geht einmal in den Tretern wenns rot leuchtet wenns rot leuchtet wenns rot leuchtet dann redet man nicht mehr das kennt ihr ja noch nicht ne was so eine Regel gibt's noch nicht geil wenn du du bist richtig hinsichtlich klug ich finde die wie das schliegt oder völlig zu mir wo ist keinem aber zu keinem gesehen Paul da ist Ferentim hier vom Eingang hier der läuft gerade rein 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 hier ist da drin Paul ich bin bei der Rechte ähm Paul jetzt ist zum Eingang was ist da auch noch los warte ihr aufwenden das ist ein Blut da bin ich dann abgeschneidig du wieso hast mich denn jetzt abgeballert hä ich hab dich nicht abgeballert doch ich hab doch auf den auf den du geschossen hast ja auf den hab ich geschossen weil der auch immer auf Nico gewollert hat das ist der Grund warum ich nicht runtergehe ich hatte sowas von ein Grund da wird übrigens gerade auf dich geschossen ja vom Detektiv nicht getroffen ja finde ich jetzt nicht so nett du könnt mich einmal schießen ich hab sechs Leben einmal mit der Pistole Traitor wie war das nochmal wenn man tot ist hält man die Fresse aus ich so jetzt nochmal die Zombies die sind hier ach ja ich komm mit ich lass mich umbringen sechs Leben kann ich sowieso nichts machen doch das ist selten wie die tötet mich nicht ich finde Selbstmode danke also Fancy also Fancy also Fancy du als mein Traitor Kollege ne was sagst du da ja also ich finde die Zombies voll cool ich will nochmal rein Nico das war ich gar nicht der mit dem Typ der geblützert hat ey das ist doch hier genau so genau so genau die sind es hier die sind es hier wahrscheinlich eine Traitor-Falle oh scheiße oh shit kann ich mal eine aktivieren danke ja das ist das ist Traitor-Falle das war eine Rakete Dude macht das mal bitte auf ist so dann bringen wir uns auch um kann ich nicht ich habe jetzt kein Finger mehr weil wir können das Licht ausmachen ich kann das Licht ausmachen ich kann das überhaupt nicht schreiben da ist einer da ist einer ein Traitor-Room da kann nämlich das Licht an und ausmachen das ist hier das ist das Licht wieder ein oh da ist die Tür auf und laut laut auf Ferien kam raus ja ey hehehe 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 Leon hast du mich geadet das ist ein Leon ist wieder da ach ne oh Mist nein alter nicht wie heißt Leon was hast du für ein Profilbet hier ist weg ein Gesicht ja ja vorhin die Röse wirklich mal ab Alter nicht er hat es gemacht wird er hat es und zufrieden bis sie wollen die Gertau mehr eine Röhre durch ja okay grüße ich schon mal nicht ich habe gar nicht sagte brüch ich 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 habe nicht gesagt ich bin ich bin doch nicht Leiter er hat sich alle Alibaba und dann weiß man nicht welchen ich habe eine Art der mit den sieben Räufern er wird keiner sagen das hat sich doch nicht mehr und er ist schon lange tot ich bin ein Tor tot das hat schon lange tot wahrscheinlich es hat doch niemand seinen Namen geändert ich bin im Rockhand ja noch nicht, er hat mich gejointed ich bin immer nah in der Hand zu wollen ich bin der Konie du hast doch eine Awe in der Hand oder nicht? nö das ist ein Sniper ich ja Alibaba ich trete dich bitte da bestehen ne Awe ist auch ne Sniper ok komm wir gehen zusammen in die Killer und suchen nach den Awe lach ich bin random killed ey Baba bist du treter dann können wir beide active sein ne leider nicht geh weg Phantom geh weg Alibaba ist mein Freund zum Zombies suchen komm bitte die Rakete startet die Rakete startet die Rakete startet oh Geilo lauf rein Aua ja nein der stirbt einfach noch daran ey richtig schlecht ich leuchte dir den Weg ich laufe rein ich laufe rein das war toll ich fand das auch wunderschön ich hab dir gesagt ich laufe rein ich war gerade weg und jetzt bin ich wieder da kann man dadurch sterben ey hier ist dir ein Stück der Rakete geil oder? ein Stück der Rakete 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 das tut mir ja auch hallo ich erzähl euch das jetzt als durch Penny ähm das war's Phantom wir sollten da bis hier raus go Solo mein Name ist Töben EHHHHH Wer heißt nimm Hani Többervus? RENN democrat sicher Lauf einfach durch Lass man weg,しpstick Die Oberflachen geh Hol mein Leben Je auch ich habe gehört ja ich habe mich gerettet ich habe mich gerettet ich werde auch von der Headwaffe abweilen wir müssen nur mal diese Scheiß Zombies zeigen ich war da noch nie Alibaba guck mal den Müll guck mal den Müll Alibaba wo bist du hier oben bei mir er hat gesagt ich soll meinen Namen ändern aber es habe ich verstanden haben er hat Prozent er hat die Erkrankung er hat man angeschossen bestimmt ich habe kein Anlass das ist ein Stiftung ist gewährt erhältlich erhältlich ich habe den Fakim Detektiv gerettet ich habe nur zwei Überblick Kampel hat die die er hat mich verschwunden die traurigende übergekommen in einem anderen Ok, dann warten wir nicht Lebt mehr Weißt du was wir gehen? Wir können uns auch schräg gehen und uns gegenseitig angucken Dann kommt jemand von der Seite Wer ist gegangen? Ja gut, ich war weitergegangen Markus Das war der letzte Wander für mich Alibaba Das ist mir egal Solange Alibaba hier ist, bin ich glücklich Ich bin Alibaba Ich bin aber tot Wir nur scheißegal Alibaba Wir sind immer noch hier Weil wir herzen Nein Nein Komm mit mir Oh Gott Und nicht den Keller Da gehen wir Er will mich von Gewalt Ich hab den schon wahr zu ja Können können aber zum Bestand Ja, 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 ja Die erste, die machen mit Nee, 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 nee Die öffnen Gegenweise Du bist ein Ach, du bist, du bist, ein Ich will dich doch mal Ich will mich Ja Warum hast du sie nicht gewählt? Und wie hast du sie mitt? Bruder Ich hätte nicht gedacht, dass Jagi es war als Name was hinbekommen komm Minecraft warum wollen wir kein Airboots Minecraft Airboots echt trink jetzt was Leon Airboots Leon Minecraft